Zusammen toben, gemeinsam spazieren gehen, gemütlich miteinander kuscheln – ein Hund kann für eine Familie eine echte Bereicherung sein und zum unverzichtbaren Mitglied werden. Da stellt sich natürlich die Frage, gibt es eigentlich perfekte Familienhunde oder besonders geeignete Rassen? Worauf kommt es an? Dies und viel mehr verraten wir euch in diesem Video. Schon unseren Kanal abonniert und auch noch die Glocke gedrückt? Brav! Jede Familie ist anders. Die einen haben Kleinkinder, die anderen Teenager, manche mögen sportlich und andere lassen es lieber ruhig angehen. Wie die Familie, so der Hund. Da es so viele verschiedene Ansprüche gibt, gibt es auch nicht die eine Rasse, die garantiert zu allen passt. Dennoch gibt es Hunde, die aufgrund bestimmter Eigenschaften besonders geeignete Familienmitglieder sind. Worauf kommt es bei Familienhunden an? Viele Familien wünschen sich einen kinderfreundlichen, verschmusten, verspielten und nervenstarken Vierbeiner. Willkommen ist außerdem, wenn er möglichst wenig hart, gut ins Familienauto passt und nicht allzu stark riecht. Da können wir nur sagen, die eierlegende Wollmichsau gibt es auch unter Hunden nicht. Außerdem hat jeder Hund einen eigenen Charakter. Manche gehen zum Beispiel gerne auf Kuschelkurs und andere haben lieber ihre Ruhe. Aber wir haben ein paar Tipps für euch, bei welchen Rassen die Chancen besonders gut stehen, dass sie zu eurer Familie passen könnten. Labrador, der beliebte Geduldige. Das war irgendwie klar, oder? Generell sind Retriever sehr geeignete Hunde. Und der Labrador ist regelmäßig unter den Top 3 der beliebtesten Hunderassen zu finden. Er bellt wenig, ist geduldig, ausgeglichen und spielt gerne mit Kindern. Dass er auch ein bisschen verfressen ist, fällt bei so vielen positiven Eigenschaften nicht weiter ins Gewicht. Golden Retriever, der schöne Freundliche. Wie der Labrador ist auch der Golden Retriever ein äußerst beliebter Familienhund. Das hat er seinem kinderfreundlichen, lernbereiten und anhänglichen Wesen zu verdanken. Und schön ist der Goldie auch, nicht wahr? Cavalier King Charles Spaniel, der muntere, anpassungsfähige. Klein, aber trotzdem großartig ist der Cavalier King Charles Spaniel. Er ist ein munterer, folgsamer und anpassungsfähiger Hund, der sich gut erziehen lässt und prima mit Kindern auskommt. Ein echter Cavalier eben. Cocker Spaniel, der fröhliche Temperamentvolle. Auch ein Spaniel, aber eine andere Rasse. Der Cocker ist temperamentvoll, anhänglich und fröhlich. Zuweilen aber auch etwas eigensinnig. Da er viel Beschäftigung braucht, passt er gut in eine aktive Familie, die viel mit ihm Gassen geht. Havaneser, der lebhafte Verspielte. Der Havaneser ist mit maximal 29 cm im Stockmaß der kleinste aller genannten Hunderassen. Aber das heißt gar nichts. Er ist lebhaft und verschmust und steht am liebsten im Mittelpunkt der Familie. Nur nicht vergessen, regelmäßig sein schönes Feld zu bürsten. Und es waren alle? Von wegen. Die beliebteste aller Hunderassen fehlt nämlich noch Mischlinge. Die haben keine typischen Merkmale, weil sie natürlich auch keine eigene Rasse sind. Viele von ihnen lieben Familien. Und viele Familien lieben sie. Auf die Mischung kommt es an und nicht immer auf die Rasse. Euer Hund ist nicht dabei, obwohl er perfekt in eure Familie passt? Die genannten Rassen sind natürlich nur Vorschläge. Schreibt uns gerne in die Kommentare, warum eure Fellnase das ideale Familienmitglied ist. Übrigens, wenn ihr herausfinden möchtet, welcher Hund am besten zu euch passt, probiert doch mal unseren Wunschhundberater aus. Einfach den Link anklicken. Und zum Schluss die wichtigste Frage. Welche Familien eignen sich eigentlich besonders gut für Hunde? Tja, das solltet ihr wohl am besten euren Liebling fragen. Ciao, wow und bis zum nächsten Mal.